1 3 3 4 Boah, nein man Oh schade Oh mein Gott alter 1 2 1 2 2 3 Läuft, Alter, läuft! Konterdrohne... Fuck! Was? Was? Ich hasse Schockladung ohne Scheiß, Mann. Zum Glück habe ich Sturm frei. Vor wir zum Unboxing kommen, erzähle ich Anton erstmal einen Witz. Schönstes Spiel der Welt? Auf jeden Fall. Okay, Leute, Marcel, erzähle ich erstmal einen kurzen Witz. Wir sind jetzt schon mittendrin im Wald. Ich habe mir jetzt hier ein ganz cooles Plätzchen ausgesucht. Ich denke mal, ich werde jetzt hier Ghosts irgendwo vergraben. Okay, Leute, das ist der Beerdigungsort von Ghosts. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ich werde dich nie vergessen. Ich auch noch irgendwo hier... I believe I can fly. Und das dritte Mal haut rein. Ciao! Ha ha! Here we go. Freestyle Friday number 9. Now before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to let me oh, Vielen Dank.